Wie soll ich das alles tun? Kein Weg, Mann! Starbuck hat etwa 8 Arbeitnehmern! Hier ist es nur ich! Na? Was ist das? Ah? Die Leute brauchen mich jetzt? Das ist kein Weg, Mann! Ich habe viel zu viel zu tun! Wie soll ich das alles tun? Wie soll ich das alles tun? Könntest du die 4 Uhr für mich bekommen? Wenn du das tun kannst, kann ich es hier enden und dann habe ich noch Zeit, um zu spielen. Bitte! Würdest du... Es ist ein Kindes Haus, wie immer. Du, du gibst ihnen das! Sie werden dir die Entfernung geben! Tweeks, Abholauftrag! Neue Quest, Testerkaffee! Der Typ ist kaffeesüchtig! Gegenstand empfehlen. Brief an Tweek. Ja doch! Guck mal, hier steht ein Böchsellkasten. Tränensäcke sind da drin. Warum auch immer. Wo geht's denn hier? Achso! Da ist noch eine Kiste! Mehr Kaffee! Neue mehr Kaffee! Geht mir meistens auch so, mit mehr Kaffee. Okay, die ist verschlossen. Komm, Butter ist! Gut, wir müssen also eine Gasmaske kaufen. Gut, hakt weiter her. Du solltest etwas Kaffee probieren. Es gibt dir den Weg, den du brauchst, um in der Schule zu fokussieren zu bleiben. Ich war so schade, aber ich habe Jesus gefunden. in der Kirche. Er hat Jesus gefunden. UGH! 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 Oh, was ist hier? Ich bin Pokémon. Wie komme ich denn da ran? So? Na, geht auch nicht. Da liegt auch noch irgendwas anderes, was ich nicht so genau erkennen kann. Ich habe durch den Schlitz geschossen. Oh, das ist jetzt zwischen Pokémon. Hast du gar nicht gesehen. Pokémon Go. Fettakti. Ich habe zwei Rats rumgelassen, die letzte Mal in Skeeters Bar waren. Ich werde wahrscheinlich dort noch essen. UGH! 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 Ich weiß nicht, warum ich das so machen muss. Gut, nein, ich... Ach ja, Al Gore, genau. Komm ich halt auch irgendwie schneller in die Karte. Genau, so. So, wo ist denn hier das Waffengeschäft? Ich sollte ja einfach mal die Quest aktivieren. Würde ja eigentlich auch gehen. Hm. Schon Pokémon und Ausrüstung? Hier vorne? Hä? Wirklich? Gut. Gut. Gut, gucke ich später. Ich will jetzt mal hier kurz die Gasmaske kaufen. Damit wir in die Villa da oben rein kommen. Ah, wer? Ich weiß nicht wo. Schätze. Ja, Schätze. Erstmal egal. Später. Da laufen bestimmt noch tausend Mal lang. Hier, Torsterstörer. Ich trage etwas, um dich vor Pfefferspray zu schützen. Genau, was will ich machen? Ach, da hinten ist das. Wo bin ich denn? Wo weit ist das denn? Ziemlich weit. Ich trage etwas, um dich zu schützen. Ich trage etwas, um dich zu schützend. Und du�st nicht. Ich trage etwas, um zu schützen. Ich trage etwas. Was? Okay. Oh, komm nicht rein. Ach, hier kann man auch was kaufen. Ein Münzautomat. Was brauch ich denn? Ich nehm mal einen Wiederbelegungstrank. Manche Kämpfe sind echt hart. Man weiß ja nie so genau. Machtdrank, diese Flasche. Soda füllt 40% an MP. Ja, ja. Gut, lassen wir erstmal. Reicht. Wieso redet hier keiner mit mir? Wer ist er denn? Oh, wirklich? Muss das sein? Neue Quest. Oh, jetzt muss ich die Kinder suchen. Spielt ein Pirate ist besser als ein Pirate. Wer ist der Lied? Ja, 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 ich bin der König der Welt. Ich bin der König der Welt. Ich bin der Pirate King. Sieht einer die Kinder? Ich sieh die gar nicht. Ist das da oben auch ein schönes Pokémon? Schäden. Cool. Ich glaub nicht, nein. Ich hab keine Ahnung, wo die Kinder sein sollen. Hier, was? Hier, ah? Okay, los den Wasserspender wieder. Hab ich nicht vorgehabt. Du frohlaute Göre. Sind die Kinder in... Haben die sich in ganzem Hauspark versteckt? Oder wo sind die? Komm raus, da! Tja, weiß ich nicht. Vielleicht finden wir die mal so. Oh, hier ist eine. Äh, eine. Ich sehe dich! Billy versucht, meinen Heide-Spot zu spüren, aber ich habe ihn weggezogen. So, die eine hätten wir schon mal. Haaah. Geh auch mal hier rein. Gott sei Dank war da wieder keine nackte Frau. Waffen und Kostüme? Oh. Den kennen wir doch auch. Hey, Kind. Kannst du mir helfen? Da war ein Mix-up im Postoffice und sie haben mir ein Paket für Frau Kartmann gegeben. Welche Chance, dass du in das Postoffice gehst und meine zu holen kannst, während ich diesen von ihr Haus verbreite? Oh, eine Quest nach einer hier. Mal gucken, was Mr. Sklave in seine Wohnung versteckt. Ist jetzt noch nichts Auffälliges. Oh nein, Mr. Sklave in seine Schlafzimmer. Halt, hier war was. Zerrissenes Konto. Boah. Warum nehme ich das mit? Warum? Ankerbad. Da müssen wir ja mal gucken, was man da so ausrüsten kann. Ich habe mir das hier ein bisschen schlimmer vorgestellt. Wir haben gerade so viele Sachen schon eingesammelt. Also Schlafzimmer habe ich mir bestimmt mal vorgestellt. Wir haben mir so viele Sachen schon eingesammelt. Ich muss dann echt nachher mal nachgucken. Irgendwas cooles Beuys. Gut. War ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich habe eine Schneemänner. War genau da, aber auch rot geschlackt. Oh Gott, oh Gott. Okay, die Trist-Effekt. Hier, du musst kennen, der Phone. Danger, danger. Okay, da kommen wir gar nicht durch. Da müssen wir auch nicht durch. Wir müssen hier irgendwo unten lang. Obwohl. Ach, wir hätten da hinten abbiegen müssen. Achso, na gut. Gut. Ich sehe so schlimm, wir haben Zeit. Wir wollten sowieso das Hausbau angucken. Also, die Stadt. Infolio unten müssen wir lang. Ach, hier. Ich sehe was, was du nicht siehst. Tell, Katze. Ich habe gerade eine Errungenschaft freigestellt, aber ich weiß nicht was. Ja, der hier ist unbesiegbar? Ja, der hier ist unbesiegbar? Ja! Neue Freude zur Frage. Zugeschlossen? Willkommen in der Nachwanderung! Geht es... Das wäre natürlich jetzt auch nicht verkehrt. Befügt mir Schaden bei beträubten Zielen. Ja, deine Angriffe mit Nachkampfwaffen fügen zusätzlich Schaden zu. Das wäre alles gut. Wie der Belebungstrecke, die du auf dich oder deinen Begleiter anwendest, bringen den Empfänger jetzt volle Gehund auch sonst nicht, ne? Hm. Scharfsschütze. Ich nehme mal hier sowas mit Nachkampfangriff, das ist erstmal am sinnvollsten, finde ich, ne? Ja, für einen zusätzlichen Schaden zu. Cool, so. Zugeschlossen, verdammt. Achso, warte, Moment, Moment, ich sehe. Ja, wir rekrutieren die Helden. Alles zu deiner Zeit, drüben Robo Level 4. Gut, dass die Türen nie verschlossen sind. Ähm. Ähm. Okay. Das ist Stans Haus, aber er ist nicht hier gerade jetzt. Hey Leute, holen Sie ein Bier und mit mir für das Sportcenter. Nein, danke. Gesundheitstrank? Ah, können wir alles brauchen. Ohne Nachricht von Mr. Herbert, will der informieren? Die Kacke, die gepinkelt hat, ich glaube, das hat man schon. Wo sind denn hier die Nachrichten? Ich habe gerade eine neue, prominente Kundin bekommen. Ich kann dir ihre Namen nicht nennen, aber ich kann dir sagen, dass sie ein 90 Meter großer Roboter-Dino ist. Komm schon, ein Tipp. Was war das denn? Was hat ein Al Gore hier noch gesagt? Hallo, mein junger Freund. Hier spricht ein Al Gore, das bin ich. In dem größten Profilbild. Man guckt, ich rede gerade mit dir. Ähm, ja. Das ist nicht witzig. Das ist Street Warrior. Das ist Mad Max. Ähm, Moment. Ich bin immer noch etwas erkältet. Ähm, ja. Ich bin sicher, dass er dir das Unterwärm ist, wenn du gerade gefragt hast. Ich komme nie raus. Ich komme nie raus. Wir sind da drinne, überhaupt. Sands, Schmutzbart, Bild von Wendy, Sparkys Leine. Okay, hier ist noch ein Rucksack. Wir klauen hier erstmal alles, wie immer. Wer ist denn da drinne? Ich werde dich töten, du Kerl! Was war das denn gerade? Ja, ich muss auch kurz. Bei der Macht von Grayskull! Ja. Geld und Cherokee-Haar-Tampon. Äh, ja, okay. Cherokee-Tampon. Cherokee-Tampon. Mensch, ein Cherokee-Tampon. Wie ecklig ist das? Hier ist noch irgendwas. Mein Schlafzimmer. Das Schwert der Tausendbarheiten. Das Beste schafft es mir aber jetzt, das von Cartmans Mutter. Komm raus, der Lüge. Ich habe Musik-Stefung. Du kannst mich nicht sehen. Wie komm ich denn an ihn ran jetzt? Kann ich ihn beschießen? Springen kann man ja nicht, also, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Bleibt von hier? Nun. So, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Oh, so bin ich jetzt schon wieder falsch gelaufen. Man lässt sich hier total leicht ablenken, wenn man alles erkunden will. So, hier kommen wir, hier sind wir jetzt richtig bei Kennys Haus. Der arme Junge. Wo wohnt der denn, ey? Was? Oh, das ist nicht für mich, das ist für die leichten Leute, die in der Gästehaus in der drüben. Sprich mit den netten Leuten, geht gleich los. Ist das den Meslebo? Ja, ja, wir haben das Paket für Tweet-Koffe. Hast du die Envelope? Äh, diese... Hey, das ist nicht der übliche Kind, der das Paket anzieht. Huh? Oh, Scheiße. Es ist ein Kip! Wir müssen auch noch gegen die Erwachsenen kämpfen, hier. Die Bärs-Junkies. Okay, lass mich mal überlegen. Ich versuch's mal wieder mit der Kacke hier. Zu geil einfach. So. Wir setzen ihn mal in Brand. Es ist ganz gut, das... Der Atem des Drachen. Hammer der Gerechtigkeit. Wir nehmen den Hammer der Stürmer. Er ist hier hinten. Erwischenwix sind alle beide gleich. Okay, okay. Was macht er nochmal? Mit der hier hinten. Der Typ hat noch mit seinen Haaren zu tun. Das passt mir gerade sehr gut. Hä? Das... Wieso? Ah, ne, Quatsch. Oh, jetzt hat er mich verguckt. Entschuldigung. Ich selber, ja. Hab hier fast keine Energie mehr. Müsst ihr mal hier irgendwann auf alle Fälle aufschalten. Besten Ding. Andererseits, der wird in der nächsten Runde bestimmt durch den Feuerschaden sterben. Hoffe ich zumindest. Ah, verdammt. Oh, nein. Jetzt wird doch mal K.O. sein. Aber die Feuerschaden hat aber funktioniert. Hat er irgendwie wieder Beliebungstrank. Ja. So. Fünf Erfahrungspunkte. Das ist ja lächerlich. Ist das? Seid nicht so geizig, man. Voll? Wie kann der voll sein? Das gibt's doch gar nicht. Benutzte Spritze, na geil. So, was haben wir noch? Au, au, au. Verdammt. Ein Gasbrenner. Wieso kriegt der, wie kriegt der ein Gasbrenner aus? Die arme Maus, die tut mir gerade total leid. Kann ich irgendwas kaputt schießen? Den Kürzstein kann man auch noch aufmachen. Achso, da oben, warte. Ich glaube, da geht was. Das Brett, das Fackeltür irgendwie so. Kann man da nicht gegenschlagen? Ja, geht doch. So, was haben wir hier? Tüte mit Crystal Mail. Ah, so verkaufen die ihren Kaffee, also. Trägerhemd. Okay, jetzt gucke ich mal. Ich speichere mal kurz. Und dann gucken wir mal nach, was wir gerade, ähm, Neues haben. An Ausrüstung. Das muss ja mittlerweile so viel sein. Da muss irgendwas Cooles dabei sein. Hier. Okay, was ist das? Magierstilmert des, äh, Machtstilmert des Magiers. Gut, das kriegen wir jetzt auf Stufe 4. Machtprobe des Magiers. Trägerhemd. Stapel Käsebäll, Rüstung, Flammen anfangen. Erhöht den Feuerschaden um 10%. Aha, aha. Okay, das geht sowieso nicht. Stapel Käsebällchen, halt jede Runde 5 Gesundheit. Hm, 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 no, lieber nicht. Okay, Handschuhe wird auch nix. Guck mal, wir können uns ein Bad verpassen. Wird doch angezeigt? Na ja, toll. Ein königlicher Schnurrbart, unbestreitbarer Machismus. Stance, Schmutzbart, ja, weiß ich nicht. Das passt schon, ey, Zauberbart. Ich lass den mal kurz dran, ne? Das Haare braucht noch eine andere. Obwohl, weiß schon passt. Ja, eigentlich bräuchte ich mir immer noch weiße Haare. Genau, warte mal. Nee, nicht der Zauberbart, hör mal auf. Och. Ich, man, wo kann ich denn jetzt hier nochmal die Haarfarbe ändern? Ging das nicht? Wahrscheinlich hier. Unter Haare irgendwo. Nee, hier nicht. Warte, Eats? Es ist jetzt 34,3 Jahre später. Und Eats ist immer noch witzig. Schon klar. Achso, das ist alles bis Kram, was wir denn verkaufen könnten. Gut. Perücke. Ah, nein, verdammt. Ich will meine alten Haare wieder haben. Verdammt. Verdammt. Wie kriege ich meine Haare jetzt wieder? Ach, Mensch. So will ich nicht aussehen. Und so auch nicht. Und so auch nicht. Ach, hier. So geht's. Guck, das Wobbus-Kram. Brillen. Haben wir noch keine? Ach. Verzeihung. Aber ich muss mir das hier auch mal angucken. Gehört schließlich auch zum Spiel. So, Doppelkill. Chill. Nee. Nee. Tremensäcke. Spar Zablentschutz. Auch nicht. Ich würde gerne noch meine eigene Haare verwenden. Vielleicht hier? Nein. Ach, man kann den Waffen sogar noch... Dings zu ordnen. Gewisse Attribute. Wir haben zwar gerade keine, aber gut zu wissen. Mit dem Bogen auch, ne? Ja, gut. Fähigkeiten, Magie, Quest, Karte, Sammelobjekte, Gruppe. Ach, hier sind, äh, Butters Fähigkeiten. Ideales Opfer. Butters ist einfach so unschuldig. Was in jedem das Bedürfnis weckt, ihm eine zu verpassen. Es ist doppelt wahrscheinlich, dass Feinde ihn im Kampf angreifen. Guck, die haben wir, die haben wir auch. Hammer der Stürmer haben wir auch. Professor Chaos. Ach ja, das war ja seine Superheld-Identität. Ach so, na gut. Bezauberung. Gut, die kriegen wir also nachher noch als Begleiter. Ja gut, mit den Haaren lasse ich erstmal machen. Wachen wir später mal. Weiße Haare würden besser passen zum Zauberer. So. Wo geht's denn hier hinten an den Händen? Oh, was ist das denn? Obdachlose? Ich glaub, in dem Spiel kann man sogar... Uah, er verfolgt mich! Ich glaub, in dem Spiel kann man Obdachlose verpugeln. Ich glaub, das ist ja so. Siehste, der hat mich angegriffen. Er hasst Kinder. Er hasst Kinder. Spüre meinen Atem. Wir fackeln ihn ab. Das ist so doof, ist das einfach. Das ist so doof, dass schon wieder lustig ist. Ich trinke mal hier einen Kaffee. Hammer der Gerechtigkeit. 47. Oh, ich glaub, jetzt ist er angepisst. Verrückter Penner. Ist er ja, der ist verrückt. Deswegen. Oh, drei Mal hintereinander. Alter. Wir streuen noch ein bisschen Sand in die Augen. Zu geil. Voll ein Tritt in die Nüsse. Wir haben ihn, glaub ich, gleich. Ich glaub, ich brauch hier nichts für anderes. Müsste so funktionieren jetzt. Hey, mercy! Bitch! Ich glaub, ich glaub, das ist einfach ein Penner an. Das war nicht meine Schuld. Habt ihr doch gesehen. Her damit. Gibt's ja wohl gar nicht. Okay, hier kommen wir nicht weiter, sind Ratten. Oh, was ist das? So. Moment, Moment, Moment. Oh, hey, du bist der neue Kind. Meine Freundin, die Prinzessin, hat mich über dich getestet. Sie denkt, du bist so süß. Ah, schön. Meine Freundin Kenny braucht keine Schutz. Aber sie braucht auch nicht. Aber sie braucht auch nicht. Kenny? Bist du da? Da. Mysterion. Hängt sein dahinter. Das ist das Superheldenkostüm von Kenny. Mysterion. Ist auch im zweiten Teil. Geht's auch um die Superhelden. Trommel ist, die gar nicht mitzunehmen. Kenny hat schon so wenig. Ich lass halt mal hier. Alabama. Rattengift. Zahm, Haare im Kühlschrank. Sorry to hear about the renters. Usually they're real fun and energetic. Ich trau mich gleich jetzt mitzunehmen. Wo ist ein Kenny überhaupt? Ich muss doch jetzt hier zu ihm, oder nicht? Zeigt er sogar noch an, die Quest. Kehrens Hinterzimmer von Sweet Bros. Zurück und gibt Sweet die Lieferung. Achso, das war's. Ich dachte, ah nee, Kenny hat ja gar nicht dazugehört. Schon gut. War ja gerade ein bisschen verwirrt. Bevor wir uns Kaffee zurückkehren, hol ich mir aber noch irgendwo die Gasmaske. Ist hier hinten. Hab ich hier irgendwo einen Schnellreise? Punkt, das war doch hier hinten. Hier hinten war doch das Waffengeschäft. Ist hier irgendwo ein... Äh, genau. Ah, hier hab ich einen. Dann ist es ja doch nicht so weit. Dann geht's ja. War ich hier schon drunter? Ich glaube nicht. Wir wohnen hier endlich. Oh, ey. Die war schon geburt. Mr. Spork, was machen Sie hier? Hat sich Ihr Raumschiff zurückgelassen? Grüß Gott, Mensch. Während ich lieber, die verrückte Welt mit Ihnen exploren, ist es illogisch, die Brücke abzuhören, bis der Kapitän zurückgeht. Der Kapitän ist mein Mann. Ich kann nicht raus, wenn sie nicht nach Hause ist. Aber die Federung hat eine urgentere Mission für Sie. Ein Tricorder was left behind on the frozen planet of Hoth. Only it's not a Tricorder. It's my dad's iPad too. I need you to beam down to the Omicron-Sector and locate that device before it falls into Klingon hands. I think it fell out of my backpack near the church. Vulkania in der Nähe. USB-Stick. Mikrochip. Wir wissen Bescheid, dass da drauf ist. Geld, Biesespiel, Klingonenbad. Was ist das Schönes hier? Das würde ich gerne mitnehmen, das Lila-Nehe hier. Gefällt mir am meisten eigentlich. Die Frau auch. Die Federung ist auf Sie, um diesen Tricorder zu finden. Ja, aber Gelegenheit. Du bist erst mal in der Gastmarske kommen. Gelegenheit. Gelegenheit. Gelegenheit.